Toll, mit dem Arsch kackt sie mir jetzt hier genau ins Loch. Toll. Ich habe auch zwar eine Gamer-Tastatur, aber die ist noch relativ billig. Aber beides ist von Jakun. Okay. Ach, wird es langsam hell oder was ist hier los? Äh, nee. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwie... Warte mal, das machen wir mal hier vielleicht. Ah ja. Solange das da läuft, kann ich mal was gucken. Oh. Gibt es schon eine Minimap? Das weiß ich nicht. Eisen. Boah, da war ich letztens auf irgendeinem Server und habe mal geguckt. Und, ähm... Dann war ich da ganz alleine gerade. Und dann hat die mich da voll gequatscht, die Tante. Ja, dann... Ich glaube, Kronk und Sarah Zah waren hier auf meinem Server. Jo, sage ich. Okay, alles klar. Ist ja auch mal schön, ne? Du sprichst wohl nicht so viel. Äh, nee. Gelegentlich nicht, wenn ich baue. Und er hatte sich unsichtbar gemacht. Er hat geguckt, was ich da mache, weil ich da gerade nur so ein Erdloch ausgehoben habe. Ach, ist ja interessant. Ich so, ja, ich muss ja nicht alle Leute zuquatschen. Das ist aber auch ungewöhnlich für ein Mädchen. Ich so, ja, das liegt vielleicht daran, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ah, jetzt hat es gerade geklingelt. Also, ich muss jetzt mal ganz kleinen Moment. Also, ich muss jetzt mal gucken, dass ich ganz klein Moment... Pfff... Pfff... Pft. Pft. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich musste kurz an die Tür. Ja, ja, bist du. Aber es war keiner da. Okay. So. Also, ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz... Ach, leck mich doch am Arsch. Ich hab nur noch eine Holzspitzhacke, die muss auch erstmal reichen. Ach ja, es ist mittlerweile Tag. Ja, jetzt bin ich gerade im Untergrund verspunden. Und leider leben die Zombies noch alle. Ja, ich buddel mich hier gerade so ein bisschen nach unten. Weil ich auch gerade ein paar Steine brauche, weil ich sonst mein Haus nicht fertig kriege. Und es regnet noch. Ja, das wird auch nicht so schnell aufhören, glaube ich. Ach, jetzt hab ich mir genau hier... Ach, ist ja auch wieder geil, ey. Okay. Ah ja, hier kann ich raus. Das ist da. So. Ich nehme mal noch ein bisschen Eisen und mache mir mal die Reine raus und dann fahre mich ein bisschen Holz. Alter, bist du... Alter! Am Arsch, oder was? Da steht ein Skelett hinter so einem Scheißblock und will mich abschießen, ey. Au! Wer ist denn die Möglichkeit? Au! Sag mal, ist es denn? Wo ist das Vieh? Alter, die sind ja schlau wie Sau. Ja, die VE hat sich schon verressert. Kuh, geh mal raus. Hier, komm. Ich schieb dich. Kuh schubsen. Weißt du, das einzige Loch, was ich in meinem Haus drinnen habe, da kommt das Vieh durch. Ey, das ist ja unfassbar. Wenn es hier so weitergeht, brauche ich drei Tage und drei Nächte, um mein Haus fertig zu bauen. Ich habe nicht nur angefangen. Und ich habe eine Kuh in meinem Kellereingang stehen. Toll. Das finde ich gut, dass du wieder rausgekommen bist. Auf jeden Fall muss ich richtig viel Stein farmen, ey. Ja. Das finde ich gut. Ja! 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 Hier machen die Blöcke komische Sachen... Au! So, wieder ab in den Keller. In den untersten Keller. Was machst du Schönes? Ich glaube, ist das erst mal mein Grundgerüst. Wenn ich weiß, wo ich das baue. Wo ich genug Platz habe. Ja, es ist ja schön. Vielleicht sollte ich mir jetzt mal in die Kiste setzen und den ganzen Krempel reinpacke, den ich noch nicht brauche im Moment. Für Blumen brauche ich jetzt auch im Moment nicht. Bäume, Federn, Pilze, Blumenschilder können auch erstmal da rein. Ich glaube, ich nehme dich hier. Ach, ich hab... Oh, Regen hat aufgehört. Stimmt. So, jetzt, ähm, als erstes erstmal ne... Ich baue jetzt erstmal... Alter, meine Güte nochmal. Muss das denn sein? Nein. Ach, ich bin auch wieder geil hier, ey. Ich hab kein Holz mehr. Ist ja ungünstig. Oh, diese Kuh... Du kriegst jetzt mit der Schaufel einen über den Kopf gebraten. Nein. Nein. Dankeschön für ihr Fleisch. Und bevor hier mir wieder irgendwas in meine Hütte reinrennt, klopf ich dreimal auf Holz. Ja. Hier, ich habe den Namen. Ich habe den Namen mit einem, den ich hab, die ich hab, die ich hab. Hatte ich aber schon. Oh. Da hab ich mich jetzt. Da war auch, wo wir chiefなんです. Das sind neue. Da gibt's neue, ne? Gibt's neue? Ja? Ich weiß ja. Können wir das nochmal angucken? Ach da, da! So, erstmal Bretter. Und dann erstmal eine Bastelkiste. Die Bastelkiste, die bauen wir uns dann hier in die Ecke. Zack, dahin nämlich. Dann bauen wir uns einen Ofen. Der kommt daneben, zack. Und schwuppidiwupp. Ähm, können wir unser Eisen hier mal schnell schmelzen. Und mit drei Steinen gar nichts mehr machen, gut. So, jetzt gucke ich mal, wo ich den Anfang mache. Ich glaube, circa hier, dann muss ich das ein bisschen... Ach, scheiße. Bist du in eine andere Richtung gegangen wie ich, wa? Ja, ein bisschen. Hier ist ein Lava-Dimming, ey. Lava brauche ich noch. Ich brauche nachher noch irgendwann Lava, aber wann, weiß ich noch nicht. Aber irgendwann demnächst. Da kann ich doch kein Holzbau bauen, ey. Scheiße. So. Schon mal sechs, das ist ja schon mal nicht schlecht, sagst du? Guck ich mal da drüben hin. Was war das denn gerade? Was? Mit zwei Eisenbahnen nebeneinander. Ach, gewichtige Druckplatte. Platte. Platte. Ja. Was macht man damit? Das braucht man für irgendwelche Minecraft, äh, äh, Redstone-Rätsel. Okay. Die kann man je nach Minecraft-Stärke verschieden auslegen. Mhm. So, jetzt mache ich mir noch eine Axt. Okay. So, dann bin ich erstmal wieder perfekt ausgerüstet, sagst du? Spitzhacke, Schuppel, Axt. Fackel nach da hinten. Holz machen wir uns jetzt auch nochmal klein. Klopierbaue ich das dann. So. Und jetzt gehen wir wieder hier runter und machen uns ein paar Steine fertig. Ach, ist so dunkel. Schon wieder? Ja. Das geht ganz schön schnell. Wenn das hier so weiter geht, sag ich, ja, dann kriege ich mein Dach immer noch nicht fertig. Hier ist irgendwo Wasser. Ach, du Heilige. Ich bin genau in ne Schlucht rausgekommen. Perfekt. Ist ja toll. Ich bin begeistert. Ernsthaft. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Da will ich gleich mal ach, das Schild habe ich jetzt nicht dabei. Scheiße. Jetzt kann ich erstmal das wegtun, was ich nicht noch brauche. Ich brauche erstmal einen ganzen Arsch voll Steine jetzt hier. Das geht sonst so nicht weiter. Parallel zur Schlucht weiterbuddeln. Das ist immer toll. Das ist immer toll. Das hier noch irgendwas spawnt. Oh. Bin ich schon wieder so weit oben? Ach, jetzt bin ich hier in meiner Treppe rausgekommen. Ist ja schön. Oder? Hä? Ja, bin ich. Gut, ich glaube Steine habe ich erstmal jetzt für den Anfang wieder genug. Solange mir hier nichts auf der Mauer rumkriecht. Ach, fuck it. Juhu. Juhu. So. Zack. Zack, zack, zack. Du bist zu ruhig? Joa. Joa. Ich habe eigentlich gesagt, auch nichts gerade zu tun. Ach so. Ach so. Ich weiß zwar jetzt, was ich machen könnte, aber das wird nicht ganz ungefährlich. Ach so. Ach, fuck it. So. Ja, na gut, dann machen wir das jetzt hier ein bisschen anders. Kann man eigentlich die Öfen und alles auf die Teppiche stellen? Äh, ne. Ich habe schon gedacht. Kann man unoffene Spinne finden oder so. Eine Spinne? Ja. Oh, no Creeper. Och, naja. Ja. Mein Gott. Okay. Ja. Ja. Wie sieht das hier aus? Ziemlich ruhig im Moment, würde ich sagen. Scheiße. So. Warum mache ich denn das so hoch? Quatsche-Kram, so hoch wollte ich das gar nicht. Das ist Quatsch. Ich glaube, ich kann nämlich da jetzt schon die Decke ziehen. Vielleicht kommt ja noch eine zweite Etage. Bei mir sind auf jeden Fall mehrere Etagen geplant. Ja, mit Teller, mit Keller auch. Das habe ich so nicht mit einbezogen. Mal gucken, wie groß ich das hier mache. Es wird jetzt erstmal hier so ein Flachdach-Bummelow. Oh. Ah, ich habe ja noch ein ganzes Deck. Ach, ist doch schön. Die Spinnen sind natürlich immer da, wenn man sie nicht braucht. Das ist meistens so. Aber jetzt, wo ich sie mal brauche? Natürlich nicht. So, dunkel war es. Der Mond schien helle. So. Können wir uns immer noch pendeln legen. Ja. Könnte man. Meine Wolle liegt noch draußen. So. Der Mond geht langsam unter. Das finde ich ganz schön toll. Ich mache mir jetzt erstmal eine Tür. Oder zwei brauche ich ja, besser gesagt. Zollmütze in der Goldrüstung, alles klar. Hoch. Und eine Eisenschaffel in der Hand. Ja, warum auch nicht, ne? Äh. Wollen die mich verarschen? Ja, warum kann ich keine Türen setzen? Oh, der hat sich sogar getroppt. Oh. Eine halbvolle Eisenschaffel. Ach, das ist doch scheiße hier. Schön, wie der Tag saßt. Jupp. Döcker, hier mache ich meinen Eingang. So, das haben wir. Das ist doch irgendwie falsch hier, oder was? Sieht irgendwie komisch aus. Meine Türen! Warum sind die so komisch? Wie sieht das am Texturpack? Warum ist denn der Knauf... Hä? Verdammt. So, jetzt ist es richtig. Ja, genau so sollte das aussehen. Na, ein bisschen Terraforming werde ich noch betreiben müssen. Ja, ich auch. Wie schön, dass ich noch gar keine Fenster drin habe. Ha, ha, ha. Egal. So. Bauen wir uns erstmal schnell eine Schaufel. Wenn ich stärker hätte... Habe ich aber... Ach, ich habe ja noch eine Schaufel. Ach, Gott, nee. Hör mir auf. Buch? Scheiße. Meine Buchführung ist hier nicht die beste. Warum sind die Türen hier schon wieder umgesprungen? Hä? Wieso sind die denn von außen richtig rum und von der anderen Seite falsch rum? Das ist doch kacke, oder was? Oh. 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 Zack. Das reicht erstmal, würde ich sagen. Wobei ich ja... erstmal die Wolle abbaue. Und das Ding hier. So. Noch drei zurück. So. Ach, verdammt. Scheiße. Ich bin für Adventure Maps nicht gemacht. Ich auch nicht. Ach, fuck ey. Was soll denn der Scheiß? Wie so ein Lemming. Wie man eigentlich das differenzieren müsste. Adventure Maps und Jump Maps. Ja. Ah, jetzt geht doch. Wunderbar. Jetzt baue ich mir hier erstmal so einen Kackstift aufs Dach. Das dürfte reichen. So, wenn ich jetzt runterspringe, dann bin ich eindeutig tot. Du hast nicht reinzufällig ein paar Spinnenweben dabei. Spinnenweben? Nee. Okay. Scheiße. Oh, meine Einhörner. Ach, da ist meine Schlucht. Das ist ja schön. Da sind meine Einhörner. Wackelt. Boah, ein Halbherzen noch. Boah. Kackt jemand. Irgendwo hab ich mir verzählt. Kackt jemand. Denk ist allzu kurz, das wahrscheinlich. Hier würde ich mein Feld anbohren. Das ist das kurze Ding wieder abreißen. Mein Mauspad ist so scheiße. Meins hab ich grad nicht zur Hand. Das ist zum Glück auch ein bisschen laut. Oder so. So. Achso, übrigens ein Kumpel und ich wollen eine, ähm, eine, eine Map bauen. mit Rollenspielinhalten. Sprich, jeder kriegt dann seinen eigenen Beruf und sowas. Würdest du da mitmachen wollen? Joa. Also wir bauen irgendwann, demnächst wollen wir wo anfangen, wollen wir schon mal so eine kleine Stadt vorbauen. Dass, ähm, jeder Beruf sozusagen schon mal seine Hütte da stehen hat. Okay. Und dann mal gucken, wie sich das so entwickelt. Den Kaffee verintrusst war. So. So. Lassen wir hier. Den kann weg. So. Hier brauchen wir dann... So. Ne, das ist zu viel hier, das ist scheiße. So. Mal gucken, vielleicht brauche ich das dann hier noch ein bisschen schöner. Aber fürs Erste dürfte das erstmal reichen. Der Baum hier nervt. So. Ich glaub, es wird schon sehr dunkel, oder? Ne. Das hörste noch. Ich hab hier sogar ein kleines Sand vorkommen, ist ja auch schön. Ich hab nämlich gerade nur einen Grundgeriss drinnen. Okay. Der wird nämlich ein bisschen größer als meine normalen Bauten. Alles klar. Wo bin ich jetzt meine Kiste? Ach da. So, jetzt brauche ich erstmal das Zuckerrohr. Und die Samen, die könnten wir da erstmal reinpacken, oder? Die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Zuckerrohr könnten wir auch reinpflanzen. So. Dann gehen wir mal wieder raus. Solange es noch geht. Oh, Kies hab ich hier auch als Zucker, ey. Coole Sache, ey. Okay. Ich will spätestens am nächsten Tag die... meinen ersten Raum für dich haben. Okay. Wie ich das schaffen will, weiß ich noch nicht. Jetzt wird's dunkel, glaube ich. Ja, ich lauf auch schon zurück. So. Ich bin ja nur drei Schritte von meinem Häuschen entfernt, aber sicher ist sicher. Dann werde ich mich jetzt erstmal, glaube ich, mit dem Boden beschäftigen. Nee, erstmal mit dem Bett. Bett wär cool. Ja, erstmal Bett wär gut. Dann können wir endlich mal schlafen. So. Wo stelle ich denn das mal hin? In den Keller? Oder stelle ich das hier unten hin? Ich stelle das hier erstmal hin. So. Also ich liege. Ich auch. Ha, wunderbar. So, dann kann ich weiterarbeiten. Ja. Ich auch. Hallo? Willst du dich mal einsammeln hier? Oh. Toll. Mal. 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 alles genau aus ich hab ja so einen kleinen Ententümpel vor meinem Haus ist auch nicht schlecht so, ja Bäume haben wir jetzt erstmal genug ach, ist schon wieder irgendein Bug drin, das ist doch scheiße so, jetzt mach ich mir erstmal ne Hacke, damit ich mein ja, schön, wenn man keine Stöcke mehr hat ach, leck mich doch ach, Elie, um den Boden muss ich mich auch noch kümmern ja, ich weiß nicht mal, worauf ich machen will das weiß ich allerdings auch noch nicht das ärgert mich jetzt hier, dass die Tür von innen scheiße aussieht so ne Kacke, wer macht denn sowas? so, wollen wir einsammeln? wollen wir einsammeln? wollen wir einsammeln? wollen wir einsammeln? so, jetzt machen wir erstmal unser Ackerland beziehungsweise, ich brauche erstmal ein Eimer für Wasser ich mach jetzt auch mal über solche Eimer so, ein Eimer ich hab fast kein Holz mehr so jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie machen wir das denn hier wie war das vier Felder immer ums Wasserloch ging das, ne? ja ok aber auch schon bereits angefangen hat 1, 2, 3, 4 mein Plan, dass ich hier bald einziehe, kann ich vergessen ja 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 So, ist ja ein bisschen unsubtimal hier, dass ich nur einen Eimer jetzt habe, aber egal. Ach, Mann, ey. Scheiße. Da lauter Strömung drin. Huch, falsche Richtung. Geht doch. Wunderschön. Lalalalalala. Der Marthus und die Rika bauen hier. Warte mal. Oh, hoppla. Der Marthus und die Rika bauen hier. Die bauen dies, die bauen das, sie haben eine Menge Spaß. Der Marthus und die Rika bauen hier. Der Marthus und die Rika bauen hier. Ähm. Mh. 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 das könnte ich auch anders machen verdammt scheiße da hat er hat er hat da da genau so So, jetzt muss ich dann mich noch erstmal einen Weg hinbauen. Das ist ja auch schön. Warum hab ich da nicht gleich dran gedacht? Bitteschön. Da steht Tatsachen, ein Dreckstift. Ein was? Ein Dreckstift in der Luft. Wieso? Siehst du das? Wo ist er denn? Ja, ich sehe das. Ich bin quasi fast vor deinem Haus am Holzen. Also, du willst mir ja wohl nicht den ganzen Wald da wegfarmen, hm? Dann später wollen wir wieder hin. Achso. Ja, das ist okay. Was lasse ich mir denn noch gefallen? Wie war das? Zerstören, um zu erschaffen. Hier steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Oh. Wenn ich jetzt hier in die Schlucht falle... Ah! Das ist verrückt. Dann hat sich das hier ausgesungen. Vielleicht wird das hier irgendwann nochmal anders. Aber erstmal muss hier diese Mauer weg. Die Mauer muss weg. Ja, ernsthaft. Nein! Meine Schaufel hat aufgegeben! Naja, egal. Was soll's? Ich pflanze jetzt hier erstmal... Sind das hier... Warum habe ich denn jetzt hier nur drei? Naja, egal. Ich bin auch hier die geilste. Jetzt will ich immer mein... mein Saatgut. Naja, es ist dunkel. Ach, schon wieder. Ja. Ich wollte gerade sagen, kann sich ja bei mir mit ins Bett legen, aber es bringt ja wirklich wenig. Dann will ich auch schon gar nicht mehr. Ach schon. Ich wollte gerade meinen Horst weiter bauen, bis ich... als ich bemerkt habe, dass es dunkel wird. Ah. So. So. So, jetzt aber flott ins Haus. Boah. Ich will ja sagen... oder nicht sagen, oder irgendwas sagen, es ist ganz schön kalt hier in meiner Butze. So, dann werde ich mich mal mit dem, äh... Na, das ist unpraktisch jetzt. Los. Ich habe zwar genug Erde dabei, aber ich habe überhaupt gar keinen... Ah, dann mache ich den Boden vielleicht aus Birkenholz. Brettern. Dann ist es ein bisschen kontrastreicher. Kannst du dich auch schlafen legen. Ja, ich liege. So, warte mal. Ich mache jetzt hier trotzdem den Boden. Ich habe gar keine Schaufel mehr. Wenn es hier so weitergeht, muss ich... zusehen, dass ich Eisen kriege. Ich habe nämlich nur noch eins. Ich auch. Ja. Ja, toll, jetzt habe ich meine Tür wieder abgerissen, ist ja... Dann können wir zusammen auf Höhlen-Tor gehen. Ja. Das könnte man durchaus... Ja, das kann man so machen. Jetzt fange ich schon wieder das Ding an, das ist ja grauselig. Sie finden viele Schätze, aber manchmal auch den Tod. Ja, das ist Minecraft. Wer weiß, ob sich das lohnt. Was für coolen Text ich habe, wow, ich habe den Groove. Erste muss dieses provisorische Dach drauf. Bemerke, dass ich keine Fackeln habe. Ey, du bist cool. Noch mal zurück rein. So, dann lege ich erstmal schon mal alle möglichen Krempel ab. Ähm, wenn wir die Schlucht erkunden wollen, dann kannst du zu mir kommen. Ich habe den Gang genau in die Schlucht. Okay. Die Bastelkiste nehme ich mal mit zur Sicherheit, ne? Ja, dann nehme ich auch mal ein bisschen mit Kohl, dass ich hier... Ich habe gerade einfach mal am helllichten Tag ein Zombie gehört. Echt? Das ist gruselig. Die jetzt gerade auch. Ich befürchte, unter uns sind welche. Holz. Holz. Holz lassen wir erstmal hier. Äpfel. Ah, ich muss was zu fressen machen. Warte mal, das geht so gar nicht. Äpfel habe ich noch zwei. Ja. Ähm, Steine. Ich habe auch nicht viel zu essen. Ich habe zwei rohes Rindfleisch. Warte, die schmeiße ich mir mal schnell in den Ofen. Huch, ja, oder in den Dreck. Eins von beiden. Das werde ich in der Höhle nicht gebrauchen können, genauso wie das. So. Wir brauchen unbedingt was zu fressen, das geht nur nicht hier, ey. Das wächst so langsam. Ich habe nicht mein Schwert. Ich brauche mir gleich ein Steinschwert. Eins von... Ein Eisen habe ich ja noch. Du kannst ja noch Eisenschwert machen. Ja, ich brauche doch zwei. Du hast auch noch einen, oder nicht? Nein, da habe ich mir gerade... Warte mal. Habe ich das... Hä? Wo ist es denn? Was habe ich damit gemacht? Habe ich das weggelegt? Nö. Nö, irgendwas habe ich mir damit gebaut, aber frag mich mal was, du. Hä? Eine Schaufel habe ich mir gemacht. Ich mache mir jetzt einen, äh, einen Steinschwert erstmal. Provisorium. Zu den Waffen. Zu den Waffen. So. Ah, ja, schmeiß doch erstmal alles in Dreck. Hier, mach doch. So. Ach, Äpfel kann man ja stacken. Ich bin ja auch geil, ey. So, erstmal den Apfel weggefressen. Gut. Da ist nix mehr. Zwei Äpfel, zwei Brot. Der hat schon Brot. Vielleicht finde ich noch was. Da vorne ist ne Kuh. Ah, ich glaube, ich schlachte erstmal was. Da vorne ist ein Schwein. Warte mal. Und ne Kuh. Aber ich brauche ja noch ein paar Schweine. Ah, hier sind noch ein paar mehr. Gut. Oh je, Schweine aber genug. Ich muss mich nur umgucken und sehe voller Schweine. So, jetzt habe ich Leder. Kuhschubzer. So, zwei Kühe habe ich auch noch. Die brauche ich nämlich dann noch zum Vermehern, ne? Sind die irgendwo so wieder? Das einzige Unpraktische ist, dass wir keine Eisenspitzhacker haben. Oder ist deine? Ich habe noch eine Eisen, aber die ist auch schon Hälfte runter. Dann würde ich die aufbewahren für Diamanten. Ja. Dann mache ich mir noch mal eine Holzspitzhacke. Warte mal, dass wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Du mal Stein. Ja. Na, eine Spitzhacke wäre jetzt unpraktisch. Nee, nee, nee. Ich habe keine Steine mehr. Ich habe noch zwei Steine. Naja, gut. So, mein Bambus da wächst auch. Dann komme ich mal zu dir rüber. Jupp. Ich gehe noch irgendwas? Dann gehe ich mal kurz in meinen Keller. Und haue dann nochmal eben einen Stein ab irgendwo. Habe ich gerade auch gemacht bei der Schlucht. So. Jetzt baue ich mir mal hier, ne? Ich habe schon wieder keine Fackeln dabei. Ich habe 22 noch. Na, Kohle werden wir ja noch finden. Holz habe ich dabei. So, was wollte ich machen? Ach, eine Spitzhacke. Das war nicht, warum ich eine Eisenachs dabei habe. Eine Eisenachs. Ich habe auch eine Eisenachs. So. Jetzt habe ich zwei Fleisch. Warte mal, ich muss nochmal mein Fleisch eben in den Ofen pfeffern. Okay. Was hast du so zu essen mit? Ein Brot und zwei Äpfel. Oh, sehr viel. Ja. Warte ich in den Kisten nicht. Okay. Wo ist er? Ah, danke. Nächstes eins noch. So, wir müssen sparsam sein. Huch, ich sehe vor lauter Blau nichts mehr. So. Huch, meine Maus. Wenn Monster sind, gehe ich voran. Ja, du hast eine Dings... Ah, ich sehe immer dein Gesicht von hinten. Das ist... Der ist mutig. Mach mal da das Wasser auf. Dann kann ich vielleicht ins Wasser springen. Das würde dir nichts helfen. Ja, du hast eine Dingsbums. Aber ich ja nicht. Verdammt. Toll. Oh. Dann würde ich trotzdem nicht so auffahren. Den Schaden. Nee. Weil das zu wenig wäre. Ja. Naja, ich bin auch knapp daneben gesprungen. Scheiße, wie kommen wir jetzt da wieder hoch? Zur Not hochbauen. Oh. Ich habe 22 Holzbretter dabei. Da kann man genug Sticks machen. So, warte mal. Ich baue jetzt aber erstmal das Wasser zu. Das nervt mich hier. Ich weiß gar nicht, ähm... Na, so viel kannst du hier wahrscheinlich auch nicht mal... Erkundschaften. Erkundschaften. Ah! Erkunden. Also ich habe eine Bastelkiste dabei, falls wir uns zwischendurch irgendwas bauen müssen. Da ist das legendäre Schluchtpferd. Alter, Schluchten-Scheißer. So wie die Bergkuh. Ja. So, ich glaube, wir wandern mal in die andere Richtung, oder? Da oben ist ein Eisen. Ey, die geben Leder. Wie geil. Ja. Ist trotzdem grausam. Warum ist das grausam? Das arme Pferd. Ach, das arme Pferd. Ach, was wird das denn hier finden? Oh! Wenn du eine Kuh schlachtest, sagst du nicht die arme Kuh, aber beim Pferd. Ja, das Pferd kann man ja noch reiten. Ach so. Ja, Kuh kannst du auch reiten. Nee. Natürlich. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Ja, aber Schweine. Mein Gott. Ja, sicher. Schweine rennen. Ey, ich baue... Ich baue, glaube ich, hier noch irgendwann eine Rennbahn und dann satteln wir uns die Schweine und dann machen wir ein Schweine rennen. Wo bist du? Wo bist du? Mit den, äh, mit den Karotten roten kann man sogar lenken. Wo bist du denn? Eis nachbauen. Wo denn? Ich bin noch, äh, da am Ende. Oh, hier ist irgendwo scheiße, ne? An welchem Ende denn? Oh, ich bin happy verlaufen, ne? Scheiße. Ich bin hier irgendwie am falschen Ende. Bei mir war schon wieder so ein komisches Geräusch. Siehst du mich? Ja. Ich bin hier. Und hier geht's links und rechts irgendwie in den Berg rein. Ich schnapp mir das Eisen hier noch. Ja, ja, schnapp du dir mal das Eisen. Ich leuchte jetzt mal ein bisschen aus. Wir können zumindest keine lange Tour machen. Ne. So, hier kann man reingehen. Hier ist ganz viel... Ganz viel Kohle. Weil ich glaub, weit geht's hier nicht rein. Da wohl, da hinten. Wie sieht das da aus? Ui, gruselig. Irgendwas tippelt hier doch. Ich hör das doch. Aber jetzt geht's hier trotzdem nicht rein. Hier schon wieder Ende im Gelände. Mein Gott, die Schlucht ist die geilste, die es je gab. Total useless. Na, die Fakke würde ich da noch lassen. Meinst du? Aber, äh. Na, wissen wir wenigstens, dass wir da schon mal waren. Ja. Hier geht's auch nicht weiter. Die andere Seite mal angucken. Hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Die bringt nichts. Ne. Aber da oben geht's weiter. Da jetzt genau über dir, da auf der anderen Seite. Okay. Jedenfalls sieht's so aus. Hm. So ein bisschen. Aber, ne, auch nicht weit, ne? Sagt tiefer aus. Sagt wieder voll tiefer aus, Herrgott. Was soll ich machen? Ah, Fleisch! Also, wenn das die Peter wüsste. Das ist ja... Naja, das ist ja... Die würden eiskalten Spiele rausbringen. Ja. Wo Kühe Menschen töten. Ja. Ja, das Einzige, was wir eventuell noch machen könnten, wäre uns irgendwie runterbuddeln. Stimmt. Ah. Oh. Und schon runterbuddeln. Ja, ey, ich kann... Fischen. Aber zwischen genug Seite dafür. Na, man hört hier auch überhaupt nix. Also, weiß ich nicht. So besonders scheint diese tolle Schlucht hier nicht zu sein. Ne. Hast du sonst noch irgendwo eine Höhle gefunden bei dir? Nein. Hm. Wo geht's mir um so weiter? Zumindest keiner, an die ich mich erinnern kann. Welche Höhle haben wir denn hier? 40, ach das noch. Müssen wir weiter runter. Für Diamanten auf 7 oder sowas, ja? 13. Oder 12. Oh. Was haben wir denn hier überhaupt für ein Biomen gerade? Planes. Au. Bob, Spitzhacke im Kopf. Das hat's gebracht. Keine habe ich noch. Ach so. Ach so. Fuckin Spahn. Ah, ich muss schon wieder was fressen, ey. Das hat's gebracht. Ah, Mensch, schon wieder. Ich bin ein, zwei, drunter gehobst. Hier ist Kohle. Na ja, Kohle. Mit Kohle können wir uns ja schon bald zuschmeißen da oben. Hier ist Eisen. Juhu! Hey, ich hab nicht eins eingesammelt. Scheiße. Halt. Man rückt sowas. Was denn? Dort auszulangen. Ich mach noch mal ein paar Fackeln. Ey, das hat hier gerade voll geheilt, als wenn man wirklich in so einer Höhle rumlauht. Ah, was hab ich hier gemacht? Ach, ich bin dir die Geilste. Nix kann sie, nix. Och. Hier ist Lava irgendwo. Da baue ich nicht weiter. Ich lass dir gerne den Vortritt. Spring. Warte. Das bin ich. Doch, jetzt. Jetzt. Wir sind noch mittlerweile viel zu tief. Das ist ein guter Punkt. Ich bin mir meiner Meinung nach die Beste höher. Für was? Dias. Mal gucken. Auf welcher Höhe findet man Smaragde? Smaragde kann man eigentlich auf viel höher finden. Aber nur bei extremen Bergen. Ich find hier gar nix. Ich hab ein bisschen Eisen gefunden. Jetzt ist mal ne Spitzhacke im Dutten. Kurze Bastelkiste da hinbauen. Meine macht auch nicht mehr lange. Dann hab ich gar keine mehr. Aber ich hab ja noch ein paar Stickys und ein paar Steine. Hab ich ganz sicher auch, ja. Also zur Not. So. Ja, genau. Am besten mit der Kohle noch den Stein abhauen. Ja, ja. Ey, ich find hier gar nichts. Ich buddle mich hier die ganze Zeit durch. Lava. Lava. Lava höre ich. Aber sonst nix. Glaubst du es? Da ist mein Spitzhacke hin. War ja auch nicht unbedingt so interessant hier. Ich glaub, ich geh mal zurück. Ja, für ihn tut man hier nicht. Muss man sich bei Gelegenheit noch mal ein bisschen... Hier ist auf jeden Fall Lava irgendwo. Ich will die ganze Zeit Lava blubbern. Ja, aber Lava haben wir auch. No, Oberfläche. Auf jeden Fall ist Tag. Wo kam man denn jetzt am besten hier raus? Ähm... Da. Ah! Wo? Hier? Irgendwie wieder hoch. Stimmt, da ist unser... Unser Schemiss hier. Kannst du... Leiter machen? Im Moment sieht schlecht aus. Hm? Hast du ne Werkbank? Ja. Von red ich doch die ganze Zeit, dass ich eine hab. Ja, es kann ja auch sein, dass du hier unten gelassen hast. Äh, verdammt. Nein. Ich könnt ihr aber auch hier stehen lassen. Für den Fall, dass man noch öfter in diese komische Schlucht reinläuft. Hatte ich normalerweise nicht unbedingt vor. Da die ja nicht unbedingt was bringen. Nö, eigentlich nicht. So kann ich die wieder abbauen? Äh, ne, reicht noch nicht. Brauch noch ein paar. Dann werde ich mich erstmal wieder um mein Feld kümmern. Und um das, was ich da noch alles so bauen muss. So, kannst jetzt. Ich finde ja das Geräusch von den Leitern, wenn man da hochläuft, so richtig cool. Ach, ich hab mich verlaufen. Ich bin falsch abgebogen, anstatt geradeaus. Oh, Mann. Bist du schon wieder weg, oder wo ist er hin? Ich bin schon wieder weg. Oh, das ging ja schnell. Ah! Das war ja nicht sehr ausschlussreich, da unten. Ne, nicht wirklich. Wie viel Eisen hast du gefunden? Äh, 15. Oh. Wie viel hast du? Keins. Ah, super. Cool, ne? Dann, gebe ich dir die Hälfte. So, auf jeden Fall. Hier kommt dann eine Mauer drum. Mein Tiergatter mache ich denn hier, nehme ich an. Ja, das passt vielleicht. Den See vorm Haus finde ich eigentlich ganz niedlich. Den lassen wir. Kannst du die Hälfte vom Eisen aus dem Ofen nehmen? Wo bist du denn? Im Dorf? Bei der... Ja, beim Dorf. Beziehungsweise gehe ich jetzt mal wieder an die Arbeit hier. Das Dach muss da nicht. Ach Gott, da hinten baust du? Oder was ist das da? Hä? Doch, irgendwas baut er da. Aber ich... Falsche Tür. Ach ja. Dankeschön fürs Eisen. War ein Problem. Ich hole mir noch ein paar Kartoffeln. Sind hier eigentlich irgendwo Hühner? Äh... Mal sagen. Da hinten ist ein Esel. Aber aus Eseln kriegt man wahrscheinlich auch nichts anderes außer... Wie bei Pferden, oder? Nee. Ein paar würde ich aber auch noch stehen lassen zum Züchten. Ja. Ja. Wie sieht das Wetter aus? Es wird gleich dunkel, ne? Ja. Ich glaube schon. Ach, ist das hier dein Feld? Das war ein Dorf. Ja? Ja. Das riesige hier? Ja. Okay. Ist noch nicht ganz fertig. Ah, mein... Mein Kackstift sieht man ja von hier. Das ist schon mal schön. Lass mal gucken, wo Erde jetzt hingelaufen ist. Hier sind Hühner. Ich komme gerade ins Dorf zurück. Ach, in die Richtung bis ich glaube. Ah, hier sind wir übrigens Hühner, ne? Hä? Wo ich hier gerade rumrenne. Hier in der Steinwüste ist das Steinwüste. Nachher da. Hier sind ein paar Hühner. Weil der ganz trostlosen Gegend. Und... Du kommst mit, du kommst mit. Hä? Und... Ich brauche ich. Was macht der? Ach so. Hallo, Esel. Wie geht's denn so? Okay. Du bist kein bisschen großkotzig, oder? Nee, nee. Oh, Lava. Das ist gut, dass sie Lava ist. Ich brauch nämlich irgendwann noch Lava. Wenn ich meine Abwehrfalle bauen will. Und Hunde brauchen wir irgendwann nochmal. Müssen wir nochmal Hunde suchen. Ach, ist doch schön. Es wird gleich dunkel. Mhm. Bitte kommt erst mal dahin. So. Das Provisorium steht erst mal. Aha. Was macht mein Korn? Noch nicht so weiter. Brenn. Was? Sag nicht sowas. Ding. Na? So, und Karotten hat man auch noch keine gefunden. Äh, nee. Ganz geschweige davon irgendwie, äh, Melonen oder so. Aber auch noch nicht. Ich weiß, was ich jetzt mache. Aha. Ich geh angeln. Juhu. Gleich angeln ich ein paar gute Sachen. Was kann man denn alles angeln? Was kann man denn alles angeln? Unter anderem verzauberte Angeln, Name-Tags und noch einiges mehr. Ah ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht alles im Kopf, was man angeln kann. Ich wusste, ich hab nur gedacht, man kann nur Fische angeln. Nee, nee. Kann auch, äh, Schätze und Trash finden. Okay. Außen gibt's ein paar Fische mehr. Ah ja. Ich glaub, ich bau die Schlucht nachher noch zu. Naja. Nicht gekriegt. Jedenfalls da, wo ich mein Haus habe. Was hab ich denn das hat gar nicht. Lederschliefel. Ui. Das ist nämlich interessant, weil man beim Wasser sieht, wenn da was angesaußt kommt. Okay. Und das ist ein roter Lachs. Ein roter Lachs. Cool. Huch. Scheiße. Egal. Ja. Wunderschön. Vielleicht sollte ich langsam mal ein Fenster in meine Bütze bauen, aber ich hab noch gar keinen Sand gefarmt hier. Noch ein roter Lachs. Ja, wo ich bin, ist ein bisschen Sand. Ich hab ja hier auch noch ein bisschen Sand, weil ich ja da an dieser, an dieser Bucht bin. Das hier scheint Lehm zu sein. Alles klar. Es ist Lehm. Ich glaube, ich werd mir gleich ein paar Backsteindinger bauen und dann werd ich mein ganzes Haus umbauen. Nämlich auf Lehm. Gebrannte Ziegel, so würd ich sagen. Keine gefärbten Neblöcke. Ja, ich baue mir denn so ein rosa Haus oder was? Alles klar. Ne? Oh, was hab ich denn da gekriegt? Ich bin zwar weiblich, aber keine Pussy. So. Eine Wasserflasche. Ui. Ist ja höchst interessant. Bringt nur zu zweit nichts. Ne. Ohne Melonen und Karotten können wir uns keine Tränke brauchen. Glaube ich, oder? Wir brauchen nur einen Braustand und Nelsa Warzen. Hm. Okay. Das wird noch interessant zu farmen. Ich brauche noch einen Ofen, ey. Hast du das? Ein Kogelfisch. Hey. Hallo, ich hab doch schon mal einen Ofen gebaut. Höchstwahrscheinlich hast du die Chiefments davor noch nicht gehabt. Das kann natürlich sein. So. Vier. Wo habe ich meinen Rest? Und das? Das? Auch das ist ein normaler Fisch. So. Dann. Dann machen wir da auch nochmal ein bisschen Leben rein. Das dauert jetzt erstmal eine Weile, sagst du. Na gut. Oh klar. So kann man die nicht verbinden, ne? Oh. Lehm Blöcke. Das sind aber hässlich. Die Lehm Blöcke, die kannst du dann brennen. Ja, aber da kommt nicht mehr raus, oder? Da hast du gebrannte Lehm Blöcke, ja? Ja, und die kannst du dann hinterher färben. Achso. Ne, will ich ja gar nicht. Ich will Lehm Ziegel haben. Huch. Also, Briggs. Dann musst du den Lehm so brennen. Ja, das mach ich ja. Das wird schon wieder dunkel? Ne. Er fehlt grad noch. Lalalalalalalala. Nach dem Trip kann ich erstmal eine Weile genug zu essen. Und auch die Zeichneangen – also – Da bekommt man Erfahrung, wenn man angelt. Ach cho. Die ist ja interessant. und na ja zum Glück sind wir hier bei Minecraft wenn ich mich trotzdem würde man auch ein blödes Wortspiel bekommen wenn man fischangelt jedes Mal jedes Mal so ein scheiß Wortspieler als hätte Sarah zwei das spiel erfunden ok das sieht ja wirklich sehr viel spannendes gerade im moment aber mein Gott ja muss aber auch mal sagen das ist Minecraft das gehört dazu vielleicht sollte ich hier nicht ganz so oft Hans Kuck in die Luft spielen wenn ich hier am Rande der der Schlucht rumrenne ne vielleicht nicht so günstig ich baue hier gerade den Berg ab der mich von der Schlucht trennt ich glaube das wird langsam dunkel so geringfügig ja ach na komm lass doch noch einmal an hier ach so sprich reagiert so ich glaube die Schlucht äh Wand lassen wir da jetzt so dann gehen wir mal ins Häuschen wo wir schlauerweise die Tür aufgelassen haben und bringen erstmal ein bisschen Erde weg und bringen erstmal ein bisschen Erde weg und bringen erstmal ein bisschen Erde weg zack 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 so den Lehm den brauchen wir ja gleich noch bei mir ist F3 noch an ach so mir läuft Minecraft auch konstant mit 60 Frames ja bei mir ja 60 jetzt sind es 48 46 also immer so ein bisschen unterschiedlich 55 es schwankt so ein bisschen bei mir gut bei mir sprengt es zwischen 60 und 59 ja ok aber du hast wahrscheinlich auch ein kleines bisschen besseren PC wie ich also von daher sei es das kann man das ruhig mal so durchgehen lassen ja ich habe auch 600 Euro dafür bezahlt beziehungsweise bin noch am bezahlen was hast du für einen? was hast du für einen? ich habe einen ähm ich weiß gar nicht jetzt äh wie der Rechner direkt heißt Windows 7 oder schon Windows 8? das ist noch Windows 7 ok ich kann ja eigentlich müssen wir kurz bei Auto gucken da müsste noch sein so wie ging das jetzt? ach verdammt hier das ist meiner einfach und bei hier das ist meiner dass du mir und wie vor das wir kennenlernen da hab ich mit dir das ist dieser ok ja so habe ich relativ günstig gekriegt wenn ich ihn für 600 ab das stimmt hast du direkt über auto ja den habe ich bei auto auf raten gut zusammen mit meiner video der hat auf jeden fall mehr power wie mein laptop der würde sich wahrscheinlich auch schon besser wieder zum streamen eignen ja also leistungstechnisch bin ich eigentlich noch ganz gut zufrieden weil er hat er schon den 5 ja ja wie auch immer man das aussprechen will oder auf jeden fall ich habe noch sieben also von dahin wie sie ja 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 wie sie müssen normalerweise besser weiß ich nicht das schlechte ja ich kenne mich da ja auch nicht so wirklich aus mit was hat dein laptop für eine grafikkarte auch ne nie wieder oder wie heißt die nvidia nvidia ja genau 600 irgendwas glaube ich 660 oder so 660 m ja ich glaube da wandert es mich tatsächlich dass der probleme macht ja aber es ist halt ein laptop weißt du mit laptop wegen der lüftung und so weiter ich glaube das funktioniert ja nicht so gut das kann natürlich sein leistungstechnisch na jetzt wo ich den propeller hier neben stehen habe geht es einigermaßen da müsste er sogar noch besser sein als mein pc oder frag mich nicht ich muss mir immer was für süppeln hören ja aber der unterschied ist zwar halt zwischen laptop und tower ne kotz der hinhund ja schon trotzdem finde ich das ziemlich krass tschüssi alles gut komm mal her wenn dein laptop ein pc wäre wäre definitiv besser als meine ja das muss sein das was ich an meinem pc nicht bemängeln kann ist die lüftung ich weiß nicht wie viele dinge da drin hat aber ich glaube es sind mindestens vier zwei oben zwei an der seite kann man sehen dann hat glaube ich die cpu noch einen eigenen ok und das ding ist ruhig ja siehst du nur eine grafikkarte könnte ich noch mal sagen grafikkarten kannst du ja auch generell eigentlich umrüsten ja klar 650 ist aber auch nicht so hoch selbst mein cousin hat eine 570 und die ist doppelt so gut obwohl hier ist obwohl die viel früher rausgekommen ist ok dann auch schon gesagt hier wenn er sich eine neue grafikkarte holt dann kriegst eine alte ok so erstmal die kiste hier vergrößern was mach ich denn hier für'n scheiß schon ja so warte mal die erde die ok 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 so 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 okay so 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 Lehm, den brenne ich jetzt noch. Bei mir gibt es Fisch und Lachs. Hui. Den Kugelfisch, den hebe ich mir auf. Geben die auch unterschiedlich viel Lehm oder was? Ich glaube ja. So, wird das jetzt hier wieder Tag oder was ist das hier? Jo. Wunderschön. Wird sie weitergegangelt? Ich will noch den guten Staff hin. So, vielleicht sollte ich hier mal an mein Feld ein paar Fackeln setzen. BZW, ich baue mir erst mal einen Zaun, oder? Ich baue mir erst mal einen Zaun drum. Ja, das ist eine gute Idee. Ich baue erst mal einen Zaun. So, Holz. Ah ja, schmeiß weg. Genau. Ne, das ist Birkenholz. Birkenholz brauche ich. Das ist scheiße. Und meinen Kellereingang muss ich hier noch unbedingt ein bisschen verbessern. Weichenholz. Ich hab nicht mal einen Keller. Ich hab gerade mal nur einen Raum fertig. Ja doch, ein bisschen. Weiterknopf. Ein bisschen Keller muss schon sein. Kaum sind ein paar Minuten vergangen, habe ich schon vergessen, wie man angelt. Loll. Hat den falschen Knopf zum rausziehen gedrückt. Ach. So, oh Gott, oh Gott. Vier Stickies, äh, Stacks, Stickies, müssten erst mal reichen, ne? Kommt drauf an, wofür? Ich brauche jetzt erst mal ein bisschen Zaun. Könnte schnell weggehen. Na gut, 64 Zäune reichen, glaube ich, erst mal. Willy? Verrottetes Fleisch? So. Also, schlimmere Sachen kann man nicht finden. Nicht. Also, rottetes Fleisch? Hm. Ziemlich unnütz, ja? Ja. Huch. So, Schuppel? Oh, Name-Tag. Was für ein Ding? Namensschild. Achso. Okay. Hammergeil. Da kannst du jetzt ein Pferd mitfangen. Nee. Damit kann ich irgendwas Namen geben. Achso. Was soll das? Ein Haken? Ein Haken? Ja. Den kann man da speziell, glaube ich, zusammen mit, äh, Troll verbinden. Okay. Oder mit ein paar Fäden, um eine Falle auszuwürzen. Ah. Ach, so ein Ding, ja, ja. Okay. Kann ich so eine Trankabwehr bauen, wie Pizmieter, sind wir mal? Ja. Boah, ist mir kalt, verdammte Scheiße. Obwohl ich effektivere Methoden hätte zum Abwehren. Hättest du? Ja, ja, und die sind definitiv tödlich. Hehe. Zumindest in 100%. Ich geb dir ne kleine Chance zu überleben. Okay. Einfach mal bisschen so ein Loch öffnen, was voll mit Wasser ist. Und die haben nicht viel Zeit, sich rauszubauen. Hm. Oder? Die gehen irgendwo hin und dann kommt plötzlich ein Amboss in den Himmel. Oh. Na nö. Mir werden noch ein paar andere Sachen einfallen. Okay. So, dann machen wir das hier. So. Da kommt dann ein Tor hin. Ich muss ja auch diesen ganzen Berg neben meiner Hütte abbauen, ey. Ich krieg's kotzen. Oder ich mach mit, äh, Trank, er werden sogar einen ganz fiesen Trank, glaub ich. Gibt ja auch mit, drüber an, äh, mit das Bild total verwackeln. Okay. Ah, warum hab ich jetzt F3 an? Wenn sie da keine Milch dabei haben, dann wird's fies. Das ist wohl so. Okay. Äh, ja. Warte mal, ziegte Steine, packen wir erstmal weg, sagst du? Die auch. Birkenholz. Packen wir auch erstmal weg. Okay. So. So. so lange hält aber einige stadt ich habe nicht mal die hälfte davon aus gebraucht naja... so wird das schon wieder dunkel? ne... so hier kommen dann die Kuh, das Kuhgatter hin mache ich wieder für jedes Tier ein einzelnes Gatter oder pack ich einfach alle zusammen? für jedes ein einzelnes ich würde sie für jedes einzelnes machen dieses Co... äh das... das große Gras das hohe Gras, das droppt gar nix, ne? glaub nicht oh, halt doch die Schnauze weil ich ein Stück Leder geangelt habe, habe ich den Achievement bekommen, Kuhschubser yay dabei habe ich gar keine Kuh geschubst ne außerdem würde man Kuhschubser auch bekommen, wenn man Pferde tötet ja das ist noch nicht ähm so ganz fertig, würde ich sagen da haben sie nicht nachgedacht ich hab den Namen einfach nur genommen, weil es lustig klingt ja ich mein, wer schubs schon Kuh ich mein, wer schubs schon Kuh wer das auch hinkriegt naja die wiegen ja schon einiges naja das ist sowieso, ne? jawoll, meine Herren, es wird schon wieder dunkel, ich kriegts kotzen echt? ja so langsam geht die Sonne unter ah lustig wäre es ja noch, wenn sie hier in Minecraft, ähm so breitengrade und sowas einführen, dass es bei mir noch hell ist und bei dir wird es schon langsam dunkel oder so das ist natürlich auch lustig ähm kann sein, dass es auch den Turm gibt aber ich glaube, auf der kurzen Entfernung ist das nichts aber ich glaube, auf der kurzen Entfernung ist das nichts ne scheiße inzwischen gibt es sogar eine Begrenzung für die Welt echt? ja die liegt glaube ich jetzt bei, äh, plus, minus 20.000 ui ok oder was mehr irgendwie so da läuft schon ein Zombie um meinem Haus rum alter, die sind wirklich die sehen mich über 20 Blöcke weit ja, da haben sie schon ein bisschen was umgestellt mit 1,6 äh äh ernsthaft dann ist das also nicht nur so bei Pete Smith so, dann ist das also überall so na gut genau dann werde ich jetzt mal meinen Boden hier weiterbauen wo habe ich jetzt mein mein Birkenholz ist unten in der Kiste ha 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 warum auch nicht ach kacke man auf ein das ist das ist das ist Das war's schon wieder mit meinem Birkenholz. Tja. Und schön, wenn man sich den Kellereingang zubaut. Na gut, aber ich muss ja sowieso noch ein bisschen Birkenholz farben gehen, glaube ich. Das bringt ja hier nur nichts. Ich glaube, ich muss den Kellereingang mal woanders hinbauen. Der ist hier so noch ein bisschen unoptimal. Das ist scheiße. Ja, so sowieso. Und zack, 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 zack. Kurz das Bett abbauen. Oder wartest du schon die ganze Zeit, dass ich mich ins Bett packe? Nö. Hm, nicht bedenkt. So. Guck mal, die Leiter bohre ich mich ab. Die Fackel auch. Die Erde auch. Ach, du sagst mir, dass ich jetzt in einer Höhle bin. Das ist schön. Und so ein Erdloch ist auch nicht schön, ne? Jo. Zack. So, da muss ich nur noch ein bisschen weiter bauen, da unten. Alles klar. Wer stöhnt hier schon wieder neben meinem Haus rum? Die haben hier den Sound auch geändert. Das ist nicht normal, hier die Sounds. Bei mir ist noch alles, wie es soll. Guten Tag, Herr Nachbar. Na, wie geht's so? Hier schleicht ein kleiner Creeper um mein Haus. Ich glaube, ich geh mal raus und werd ihm sein Hinterteil versohlen. Mal gucken, vielleicht hat er ja was gestohlen, ne? Spinnen und Skelette und Creeper... Ne, wie ging das? Warte mal. Skelette, Spinnen und die Kreaturen der Welt wollen uns ans Leder, aber das lassen wir nicht zu, denn wir haben unsere Schwerter und irgendwann geben sie Ruhe. Ja, ja. So, hier ne Focke. Da ne Focke. Was suchst du hier? Ich guck mich nur um. Achso. Natürlich. Was soll ich sonst machen? Weiß ich nicht. Ich sag doch gar nix. Verschwind dich hier von meinem Grundstück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles klar. Ah, ja genau. Bau doch diese Kackfackel daneben. Ey, das ist nur ein Wursch. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Egal. Ist un... Ist unsinnig. Ja, ich schmeiß eine Focke hin. Alles klar. Er hat mir meine Dingschen. Nicht schön, aber selten. Oder wie war das? Warum läufst du eigentlich immer mit offenem Mund rum? So ich doch gar nicht. Doch, dein Manikiken hat einen offenen Mund. Bei dem Textaffekt seh ich den Mund gar nicht mal durch die Maske. Bei mir aber. Hast voll das empörte Gesicht machst du bei mir. Okay. Bei mir gucken nur die Augen raus. Ja. Es wird schon wieder hell. Es ging aber schnell. Ne, gut. Es ist ja nicht so, als wenn ich nicht sowieso schon genug Erde hätte, aber... Naja. Da läuft ein Creeper. Wo? Hinter dir. Woher? Ja, toll. Hat mir nichts Besseres fallen lassen, Mann. Das gehört so. Ach so. Äh, Schweine kann man nur mit Möhren fangen, ne? Glaub ich. Äh, den kann man damit... Ja. Ja. Aber man kann Creeper ja auch für sich arbeiten lassen. Das ist ja... Das klingt ja. Wenn man schnell genug ist, geht das. Voraussetzungen sind natürlich eine gut funktionierende Maus. Oh, schon. Aber so hundertprozentig notwendig. Das ist das auch nicht. Man muss nur wissen, wie. Ja. Und man muss auch reagieren können. Ja. Da abholt es bei mir noch. So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wenn ich das hier alles abbaue, sagst du? Dann hab ich hier... So. Ich glaube, ich fahre mir erst mal ein bisschen Sand. Und ich kenne auch den perfekten Ort dafür. So. Warum ist denn das hier in dieser Ecke noch so dunkel? Ach, das ist Moor oder was? Wahrscheinlich. Wegen Wasser und so. Naja, okay. So. Was sagt mein Gärtelchen hier? Manu, nichts. Schön. Ich hab verrottetes Fleisch. Hey. Wollte ich schon immer mal haben. Hm. Das ist ganz toll. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken, wo ich jetzt hier den Eingang von meinem Dings mache. Ich würde sagen, hier so. Oh, ich hab ein Biom gefirrt mit Riesenpilzen. Ui, toll. Da kriegt man noch nur bestimmte Baum hat er. Kriegt man? Ja, ich seh da welche. Was sind das für Bäume? Äh, ich weiß nicht, wie der Name ist. Okay. Das soll irgendwas mit A. Akazier? Eine Akazier gibt's doch in der Steppe. Kann sein. Dann ist das so, was. Guck mal. Ich glaub, die haben mich nur verarscht. Wieso? Aber hier gibt's Schwarzeiche. Ah. Okay. Das ist praktisch. Schwarzeiche? Tja, ja. Was nie alles gibt. Ja, genau. Ah, Gott. Boah, wie schnell die abzubauen sind, die Dinger. Ah, diese Riesenpilze mit der Axt, das geht echt schnell. Das kann ich mir vorstellen, ja. Du brauchst einfach mal drauf und man dann blub. Ach so. Und wechselt sie. Okay. Auch interessant. Hier sind echt ziemlich viele Schwarzeichen. Ach ja, mit der Axt. Ist ja cool. Was macht man mit Schwarzeichen? Einfach nur bauen, so wie normal. Anderes Holz halt. Ja, das ist einfach nur dunkler als Eiche. Na ja, auch nicht. Ist praktischer, wenn man gleich was dunkleres braucht. Was nicht unbedingt fecht ist. Da hast du recht. So, jetzt muss ich hier leider... Aber die Bäume sind so groß. Ja. Ich muss hier leider mal mit der Hand eben Erde abklatschen, aber na ja. Wie lange sind wir eigentlich schon dabei? Äh, jetzt ist es zwölf, also zwei Stunden noch bestimmt schon. Wo komme ich denn eigentlich her? Shit. Ich glaube, ich habe mich verirrt. So, was unanständiges machst du. Einfach verirren. Mhm. So, warte mal. Ich mache ihn wieder mit da rein. Ich weiß nicht, wo der Zettel mit den Koordinaten ist. Oh. Fuck. Also, ich bin hier auf... Warte mal. 79? Ja, okay. Das ist X. Und 392. Moment, das heißt, sagen wir mal in die Richtung. Ich glaube, ich habe es schon gefunden. Na guck. Es ist nur circa von meinem Haus auch den Schwarzeichen, weil ich... ...sehen kann. Hm. Sehr praktisch. So, jetzt brauchen wir Sand. BZW. Machen wir das jetzt erstmal fertig. Und dann machen wir das. Ja. Und dann werden wir das. das richtig muss für den nächsten mal wieder Holzbesuch So. Na gut, das ist erstmal nicht schön, aber erstmal effektiv. Holz, Holz, Holz. Zack. Und es wird schon sehr dunkel, ey. Das ist unfassbar. Ach, jetzt ist das Einhorn hier zu mir gekommen. Das finde ich ja schön. Let me hin. So. So, ich würde sagen, gleich um zwölf machen wir erstmal einen Stop. Okay. Dann kann ich nämlich mal gucken, wie ich das alles zusammenschneide und dann, äh, und so. Wenn wir heute vielleicht schon mal die erste Folge Marotone mit meinem genialen Start in den Morgen. So. 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 übrigens auch so windig wie bei uns im moment geht ja trotzdem gemütlich so weit wohnen nicht vorhanden empfehlen das stimmt zweieinhalb stunden oder sowas zirka glaube ja voll nicht doppelt gemoppelt auch das regnet hier schon wieder ich denke die ganze zeit was ist das schöne für ein rauschen oh god ja wunderschön so haben wir nicht viel geschafft war nicht besonders spannend aber naja gut mein gott so ist das leben das mit der tür nervt mich übrigens immer noch aber kannst nichts ändern eigentlich könnte ich doch da das anders machen so wie macht man noch mal fall treppen fall türen eine waaggerechte tür warum habe ich denn jetzt zwei gemacht ach das ist scheiße jetzt klappt die nach unten auf ach was eine scheiße warum klappst du denn nach unten weg das ist doch blöd jetzt komme ich doch dann nicht raus wenn die nach unten geklappt ist so kann man es natürlich auch machen so das gefällt mir hier doch irgendwie gar nicht aber egal kannst du dann so rein und dann ist gut ja wunderschön so ne das ist auch scheiße normales eichenholz so haben wir unsere schlafen hier ist doch wunderschön alter der server sagt hi alles klar hier ist gerade irgendwie schon wieder ein ding vor mir rumgeturnt ein genau die kriegen ja vom regen auch schaden mhm la 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 ah wunderschön ich habe keine steine mehr ungünstig der regen auch aufgehört ja ja warum und er sollte die geld der klettert mir auch aufs dach das ist natürlich nicht schön das würde nicht mal schießt pulver trocken das ist natürlich schlecht so muss ich mal weiter gucken dann irgendwann geht es hier noch weiter immerhin kann ich hier schon erleben so meine schlafnische ist auch fertig ist ja wirklich nur eine nische mein gott was soll es normalerweise könnte ich das ist noch so machen und dann noch so dann ist eine doppeltür und dann auch ich glaube das kann man schon so machen ja das ist nicht schön aber selten und vielleicht ziehen mauern als wende dann ist das nicht ganz so dick gut dann würde ich sagen beenden wir erstmal hier das bei der stelle und ich gehe erstmal vom server runter so dann bis zum nächsten mal joh tsch